Wir wollen euch ein bisschen was über das Stück Extreme Metal Studies von Carlos Cotaglio erzählen heute. Fangen wir einfach mal an mit einer Frage an Daniel, weil der hat das Stück mit initiiert. Ist das richtig? Wie kam es zu dem Stück? Ja, Carlos kenne ich über einen Kollegen, mit dem ich zusammen in Freiburg studiert habe. Er unterrichtet mittlerweile dort Komposition, Alexander Krebschenko ist das, und hat mit Carlos, der auch in Freiburg Komposition studiert hat, in einer Metal-Band gespielt. Und da ich selber eine Metal-Vergangenheit und Gegenwart habe, fand ich das schon mal sehr interessant. Und da ich schon ewig die Idee habe, dass man doch mal irgendwas Crossover-mäßiges machen müsste zwischen Metal und zeitgenössischer Musik, hat sich zuerst so ein Gespräch mit Alexander und Carlos entwickelt. Und als Carlos dann ein Stück geschrieben hatte für ein anderes Ensemble, ein einsetziges Stück, das er Extreme Metal Study genannt hat, und wir Geld für einen Kompositionsauftrag hatten, hat sich ziemlich schnell die Idee ergeben, Carlos zu sagen, hey, schreib uns doch ein viersetziges Werk oder ein mehrsetziges Werk zu dem Thema. Und dann ist es auch passiert. Vielleicht möchte ich, das sage ich noch ganz schnell, bevor es weitergeht, so Extreme Metal Study heißt in dem Fall nicht, dass die Studie extrem ist. Vor allen Dingen, das heißt es nicht. Das heißt nicht, die Studie ist extrem, sondern Extreme Metal bezieht sich auf so ein Genre. Und das Extreme da drin soll sich eben abheben von, was weiß ich, so dem klassischen Heavy Metal a la Man O' War oder meinetwegen einen Maiden oder so, sondern das ist halt irgendwie ein bisschen anders. Du hast in dem Stück Drumset gespielt. Im Metal-Kontext, ja, das ist eigentlich gar nicht so deine Welt, oder? Aber das war extrem überzeugend, möchte ich mal sagen. Musstest du dich da ganz neu reinfinden, oder war das eh schon da für dich? Ja und nein. Also ich habe lange nicht mehr so Metal-Drumset oder richtig Rock-Drumset gespielt, aber eigentlich komme ich so ein bisschen daher. Das heißt, als Jugendlicher war ich halt am Rock, Pop, Metal spielen und so. Ich hatte noch die Doppelbase-Maschine, lag bei mir noch im Keller. Die musste dann nur wieder ausgepackt und tatsächlich relativ fleißig geübt werden. Weil ja natürlich diese richtige Reine-Method war, dass jeden Tag, jahrelang, jahrzehntelang Metal-Drumset spielen und ich es echt eine Weile nicht gemacht hatte. Gott sei Dank haben wir relativ früh Zeit, damit anzufangen. Ich glaube, ich war es so sechs Monate vorher, dass das Stück kommt und ich hatte auch Kontakt mit Carlos. Konnte auch ein bisschen hin und her mit ihm schreiben, so was geht, was können wir probieren. Ich habe so ein paar Blastbeats, die er vorgeschlagen hat, probiert und so ein paar Tempi ausgetestet, wo ich dachte, okay, in sechs Monaten darf ich es, mich da hinzuüben mit der Double-Bass-Maschine. Und es war eigentlich ein toller Prozess auch zusammen mit Carlos, ja. Was ich spannend fand an dem Stück, dass diese vier Sätze jeweils einem Drummer gewidmet sind oder einer Drummerin. Mit einer Ausnahme, nämlich dem ersten der vier Sätze, der ist Georges Apergis gewidmet. Ich habe ganz lange überlegt, wer ist wohl der Georges? Also da steht erster Satz Georges und also ja, tatsächlich geht es um Georges Apergis und zwar um seine Recitation 9. Dieser erste Satz von Extreme Metal Study von Carlos Cotallo, der zitiert die formale Struktur von eben dieser Recitation von Georges Apergis und bildet sie in dem Stück ab, allerdings mit so Techniken, die eben dem Metal zugeordnet sind. Das klingt dann so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn jemand von euch die Band von Thomas kennt, mit Leuten von Slayer, dann das hört man da ein bisschen, das klingt ein bisschen so. Der nächste Satz heißt Charlie, der ist Charlie Benante gewidmet, dem Drummer von Anthrax, der als Vater des Blastbeats gilt. Und das könnte doch eine gute Gelegenheit sein, dass du kurz erklärst, was der Blastbeats ist. Ja, unbedingt. Ein Blastbeat ist meiner Auffassung nach eigentlich sehr einfache, durchgängige Rhythmen, die allerdings extrem schnell gespielt werden. Das heißt, alle vier Gliedmaßen sind relativ in einem rhythmischen Raster, das heißt, es gibt erstmal nicht viele Podirhythmen koordiniert, aber es wird eben durch ein sehr hohes Tempo auf die Spitze geschrieben. Das heißt, der zweite Satz beginnt eigentlich nur mit abwechselnd Kick und Halt und Snare, das heißt, was ja eigentlich ein sehr einfacher, klassischer Rhythmus ist, ist aber im Tempo daneben ein Blastbeat. Der dritte Satz ist eine Doom-Metal-Nummer. Adrian heißt er und er ist Adrian Davies, der Drummerin von Earth, gewidmet. Der letzte Satz heißt Chris & Tom und Widmungsträger sind Chris Penny, der Schlagzeuger von Dillinger Escape Plan und Thomas Hake, der Schlagzeuger von Meshuggah. Dementsprechend wundert es auch nicht, dass es hier um Polyrhythmen geht und eben um Groove irgendwie, weiß ich nicht, was das ist. Ich habe es wieder vergessen, aber sowas wie 17 zu 8 oder so irgendwas jedenfalls ziemlich schräges. Im dritten Satz, in dem Doom-Metalsatz, bist du ja auch nicht nur als Liss tätig. Ja, endlich. Willst du kurz erzählen, was du da machst? Ja, seit einer ganzen Weile beschäftige ich mich mit verzerrenden Stimmtechniken. Also im Prinzip mit dem, was die Metalsängerinnen und Sänger so machen. Ich formuliere das aber so offen, weil das im Prinzip Techniken sind, die auch in allen möglichen Kulturen, in so indigenen Gesangsstilen benutzt werden. Ich beschäftige mich also damit und Carlos wusste das und hat mir einen Text gegeben, den ich rezitieren sollte und meinte, ich darf da machen, was ich will, aber es wäre toll, wenn ich growlen würde. Und so hatte ich endlich meinen ersten Auftritt als Vokalist in diesem Genre auf der Bühne. Das war super für mich. Man würde ja eigentlich vermuten, wenn das Stück schon Extreme Metal Studies heißt, dass wir alle verstärkt und mit Effekten spielen und wenn schon keine digitalen Effekte, dann wenigstens wahnsinnig verzerrende Instrumentaltechniken gefragt sind. Und genau das ist nicht der Fall. Also er hat darauf bestanden, dass wir Ordinario spielen, ganz normales Flöten, Geige, Klarinetten, Cello, Klavier. Schlagzeug fällt ein bisschen raus, du durftest ja spielen, was die Leute da auch spielen würden. Aber wir halt eben nicht. Und er erzeugt dadurch so eine ganz interessante Distanz zu dem Material. Also beziehungsweise eigentlich zu der Musik. Das ist, als würde das Material irgendwie nackt dastehen und man kann sich anhören, was da eigentlich passiert in der Musik, wenn nicht diese wahnsinnig fette Produktion und die Effekte da sind, die sonst ja eigentlich immer da sind. Ich finde überhaupt die Mischung oder also du meinst die Distanz zum Metal, aber andererseits ist es ja auch die Mischung so von dem, was wir machen normalerweise und was eben aus dem Metal kommt, interessant. Jeder Satz hat für mich irgendwie so einen Anteil. Das heißt, nach dem Blastbeat im zweiten Satz kommt so eine ganz leise Stelle, wo wir alle so Piano, feine Klänge, Mischen auch, Mischklänge, so eigentlich mehr unsere Tonsprache bleibt. Oder im dritten Satz, diese Doom-Mittel-Geschichte, wo ich eigentlich so einen ultra langsamen, lauten Beat spiele, der aus dem Mittel kommt, habt ihr diese Drone, die ja dann doch irgendwo mit akustischen Effekten auch entsteht. Und diese Mischung finde ich echt in allen Sätzen eigentlich interessant. Ja, ich auch. Der dritte Satz von Extreme Metal Studies mit dem Titel Adrienne ist der Schlagzeugerin von Earth, Adrienne Davies, gewidmet, einer Doom-Metal-Band. In der Mitte dieses Satzes darf ich einen Text rezitieren und Carlos sagte mir, ich darf da was machen, was ich will, aber es wäre doch toll, wenn ich graulen würde. So, graulen ist eine Art der verzerrenden Gesangstechniken, die gerne im Metal angewendet wird, deren Technik aber zum Beispiel auch im Obertongesang in der Mongolei gerne verwendet wird oder auch in ganz anderen Kulturen. Es geht darum, dass man erstmal einen Ton nimmt, zum Beispiel Ha-Den, und diesen Ton, der mit den Stimmbändern natürlich erzeugt wird, diesen Stimmbändern noch die sogenannten Taschenfalten beimischt. Die liegen über den Stimmbändern und die vibrieren dann ein bisschen langsamer. Wenn man das macht, klingt das so. Man hört, es schwingt noch eine andere Frequenz mit. Man hat quasi einen Mehrklang in der Stimme. Und den kann man noch weiter öffnen und dann wird das so ein bisschen chaotischer. Das klingt dann So ungefähr. Und damit sind wir dann auch schon beim klassischen Growl angekommen. Und der Text war auch schon wieder falsch, wie auch im Konzert. Aber diese Technik ist die, die man so ganz gerne im Death Metal zum Beispiel hört. Nobody sleeps in this world! Nobody! Nobody! Nobody sleeps!